Ne genau, IGTV ist ja jetzt in Hochkant, das ist ja ganz interessant vielleicht. Was graben? Ich nehme euch dieses Wochenende mal mit, denn ich habe erst ein Heimspiel wieder probiert und da dann ein Austausch wird in Vechta. Und zwischendurch werde ich von Wolfmüttel nach Vechta gefahren, damit ich da morgen spielen kann. Heute ist Samstag, wir spielen gegen Schwämm und morgen halt wie schon gesagt in Vechta. Ich zeige euch mal ein bisschen was aus meinem Road Game Leben. Leben auf dem Road. Und ja, freu euch drauf. Eine kurze IGTV Folge hier. Ich hoffe ihr habt Spaß, wenn euch das Video gefällt. Ja, drückt auf Like Button. Hi! Hello! Hi! Yeah! Let's get up! Luigi! Bonjour! So, ein Hook. Da. So. 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 That's so funny. So. 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 Ich konzentriere mich jetzt auf das Spiel und dann sehen wir uns noch im Spiel mit meiner Analyse. Fahnen verloren, taffe Niederlage. Haben es am Ende nicht hinbekommen, das Finischen. Ich war ganz okay, 21 Punkte gemacht, paar Assists, paar Rebounds. Hab am Ende trotzdem 3 daneben geschossen und einen Layup halb daneben gemacht. Von daher nehme ich es auch auf meine Kappe. Muss ich auch Finischen das Spiel. Jetzt esse ich noch was hier im VIP-Raum und dann fahren wir sofort rüber nach Vechta. Und da haben wir morgen dann Brunch und sofort Game wieder. Ich bin noch krass am Nachschwitzen. Ich zeig jetzt kurz was ich esse und dann sehen wir uns in Vechta. Peace. Okay, das kommt jetzt ein bisschen Kacke. Ich habe vergessen das andere zu filmen. Aber ein bisschen Soulfood muss sein. Deshalb bin ich gerade noch mal zu Meckes und habe mir ein McFlurry geholt und eine Apfeltasche. Weiß ich nicht. Muss einfach gerade sein. Hat sich einfach gut angefühlt. Und ja, das sind auch die Seiten. Weißt du, man ist die ganze Woche gesund. Und ja, mein Körper braucht jetzt einfach Energie, weil ich 32 Minuten gespielt habe. Und dann gönne ich mir jetzt einfach mal ein McFlurry. Fuck it! So, nach einer abenteuerlichen Phase sind wir jetzt hier in den Vechta angekommen. Ist jetzt halb zwei. Hier ist noch irgend so ein Volksfest oder so. Von daher konnten wir jetzt nicht am Hotel parken. Aber jetzt haben wir es doch geschafft und sind jetzt endlich da. Und jetzt um 10 Uhr zum Brunch. Und ja, dann 15 Uhr und Game-Gegenfechter. Geil! Die Party geht ab in den Vechta. Wir haben gleich gebruncht. Und ja, jetzt machen wir noch kurz einen Verdauungsschutzgegang. Und dann haben wir gleich Meeting und dann geht es schon los zum Game. Wir sind die Nacht. Aber nochmal weiße Am Ele. Mit jedemhnen Tag. Wir haben Palestinians gebrunch forever. Ja auch! Das Momentum? Das Momentum? So, viel mehr Reality auf Instagram, es ist das erste Spiel, was wir hätten gewinnen sollen. Auswärts im Vechter, die Schirmung war krass, ja wir waren dran, am Ende verloren, 2B richtig weh, aber wie gesagt, wir haben immer noch einige Spiele vor uns, noch sehr viele Spiele zu gehen, noch sehr viele Chancen und wir müssen einfach weiter arbeiten und irgendwann einfach die Chancen nutzen, dass es alles umgeht und jetzt bin ich hier draußen, vor der Halle, weiter machen, hilft nichts anderes, tut aber einfach weh, weißt du, dann vor allem tut's weh, weil die ganzen Fans mitgefahren sind, das tut mir am meisten leid, so viele Fans, 50, 60 Fans mitgefahren und ja, hat nicht geklappt, tut weh. und wir haben ein paar Häuser, wir müssen rauskommen. Sorry, ich habe es jetzt. So, wie erwartet, wenn die Häuser ist. Ich weiß, was ist das, was ich hier be,... ich habe nass, was ich hier noch nicht ansehen, weil ich mich jetzt noch machen wollen, Ich habe schon gerade hier, ich habe schon mal gemacht, ich habe schon viel Das Ding hab ich eigentlich gar nicht verdient. Alter, voll zu Hause. Wiegt locker einen halben Kilo dieser Rollo.